In your face Ah Mist Ich komm mich auf dich Voll die Combo ey Oh, guck mal Boah Fünster Oh warte, wir müssen erstmal durch am besten Nimm dir mal nen Kuchen mit Okay, und jetzt? Hier rau- 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 ober Ah Nimm weiter mit für den nächsten Oh nein, warte, hier ist ein Bonus-Level, guck mal her Einfach mal nehmen Einfach mal alles nehmen, was ist das? Ein Ding mit Brüsten, werf da Gegner Monster Geil Ah, da, ah Du musst links das nehmen, geh weiter Und dann? Gegenwerfen gleichzeitig Ach, gegen den Knopf? Ja Okay Warte, drei Zwei Eins Geht doch Blup Genau Nehmen wir einen mit, können wir beschmeißen mit Ja Geklappt Ja stimmt Warte, warte, warte Oh Herr Oh cool Oh cool Warte, wenn du zuviert rumrennst Genau wie bei Mario mit dem rumwerfen Boah ja, das ist krass Das ist aber richtig geil, find' ich Was bei Mario? Ja Ey Hauptsache alles hier, ey, guck mal, wir sind auf einer anderen Ebene, ja guck mal, wir sind auf einer anderen Ebene Was für ein Scheiß, wir müssen nach vorne Was, nimm es doch, okay, wir müssen halt dann gehen So, hä? Ah, wir nehmen diese viel optimaler, die Dinger, ne? Ja, aber, ja, kannst du knicken Dann können wir sie mit festhalten, ne? Richtig Komm, lass mal machen, nimm mal, nimm mal einen Kuchen und bleib mal so Jaaa, klappt Flieg Oh, sauber Lala Magst du was? Boah Voll da reingedonnert Oh, oh, ah Zermatscht im Kuchen Na, deine Musik ist, glaub ich, so eine Mischung, ne? Aus, lalalala, und was anderes Und ein Beat Genau So kann man es auch nennen Cool Lalalalalala Ach, Mist, ich brauche einen Kuchen Boah Krass Kuchen Hypersprung Oh Aber der Kuchen über alle Ebenen geht, ne? Oh Was? Ah Haha Hey Sammel dir erstmal alles auf Werf mir mal nen Kuchen zu Ja, nimm doch Ey, nicht mich Ey Mein Kuchen Guck mal, ich kann da nix nehmen Doch Äh, nicht nur an der anderen Ebene Mein Kuchen Oh Recht ist noch wat Recht ist noch wat Kommst nicht mit Kuchen hin Fuck Oh mein Gott Warte Tschüss Hilfe Dann Verrick ihm Genau, oder so Und jetzt? Lass dich fallen Nein Ist das so weh? Wir können uns auch beide an einen hängen Oh Mist Hol das So, warte mal Einfach so? Ja, deswegen nicht Ich dachte nur, ich kann das Kuchenschück da ablegen Aber dann war ich schon unten So instant Nimm mal einen Nimm einen mit Dann nehm ich dich Das wird dir nicht gut stehen, glaube ich Und Der war auch geil Ja, neuer Trick Nimm dir einen eigenen Kuchen mit Ich hab dir sogar noch einen entgegengeworfen So Können wir hin, hat die laufen Boah, da ist wat geplatzt Der Kuchen ist gekommen Vierfach Multiplikator Warte, hier ist noch wat Da war noch was Ich glaub, der Kuchen kriegt auch Punkte, ne? Genau, so am Ende des Levels Voll die Wertung Ja Der Kuchen wird bewertet Und der Kuchen gewinnt Glaub ich auch Ah, und jetzt nach links Ich find das voll cool Das ist echt Also im Vergleich Der erste war ja schon gut Aber nicht so abwechslungsreich Ja Bei weitem nicht Nicht mal ansatzweise Was man jetzt schon für Items hat und so Und Ideen Ich glaub, die müssen sich die ganze Zeit eingeraucht haben Damit die das entwickeln können Oh Oh mein Gott Oh 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 Ich bin gleich da Oh, ich hab ne bessere Idee Sterben Ja Wow Hilfe Oh, hier ist noch wat Da hinten, ja Schade, wär lustig gewesen, wenn ich den abgezogen hätte Warum hast du nur so viele Punkte Was ist denn los mit dir? Ich hab mein Leben beendet Daraufhin Sehr gut Nein Oh, sie haben den Schornsteingarten ruiniert Immerhin haben wir bis zum Haus Haben wir es bis zum Haus geschafft Mein Mandelhörnchen Ihr glaubt die Spitznahme Oh Zum Glück hingen wir zusammen Jetzt wär noch einer gestorben Yeah Kuchen Oh, voll der Lupe Lol Mach mal, wollte ich mal Oh, achso, bist du durchgefallen Ich wollte von der Seite her Ja Geht Affe weg Okay Oh, da ist lustig Achso, wenn die Kekse fertig sind, ne? Ne, wenn sie wieder rein müssen Oh Beide gleichzeitig Ich bin unschuldig Ich glaub, da war, was ich festgehalten hab Ah, du hast den Schlüssel sauber Hab ich gar nicht gesehen Vielleicht zu spät, da war ich schon auf dem Weg Ja, super Ich bin nur direkt gelaufen Aber nicht gesprungen Oh, lecker, ne Kirsche Oh Warte mal, kann man die nicht nehmen und wegwerfen? Wieso sind wir auf einmal wieder so schwach? Ich glaub, unsere Hände sind ja normal geworden Oh, ne, ich fand das cool, He-Man zu sein He-Man Oh nein, er zeigt mit, sprich Oh nein Helf dir mal, dann können wir den Kuchen und dann, äh Okay, geht nicht mehr Oh, fuck, hab ich mich falsch hingesetzt Ja, die Stühle sind geil, ne? Da oben Ha? Die Stühle sind geil, ne? Ja, total Weißt du, du hast voll den geilen Zockerstuhl Ja Könnt ihr im Video sehen bei Debito HD Scheiß Werbung Dingens Hä? Oh, und bei Gemlets Bad mach ich Real-Life-Videos Und bei Gemlets Trash ganz viel Trash Ganz viel Müll Ganz viel Lallas Wir nehmen das an die normale Ja Elf mal, elf mal, einfach Bin ich ja grad gestorben? Hä? Ach ne, da bin ich ja Lol, wie kann ich... Weil ich steuert hat Was? Wie kann das das denn? Okay Das wird lustig Hä? Ich dachte GLP kapiert wieder alles, glaub ich Oh nein Ich nehm mal die Innenbahn, allein noch was Ja genau, bei dir taucht Ricks und fällt auf Das ist wie beim Mario Kart, wenn du die guten Sachen kriegst, wenn du da hinten bist Scheiße Ja, ja Oh, fuck Oh, jetzt haben wir einen vollen Überblick Ach man Penis Maa Wie ungefähr bist du denn, du scheiß Cheater? Jetzt nehmen wir noch den Super-Level, ne? Hm Guck mal Du weißt du besonders, das geht ja auch so gut, ne? Ich hoffe, das wäre bei der Börse, so Wir sind reich Ne, weißt du, das war, glaub ich Letztes Mal Ziel durchlaufen Da hab ich doch 500 Punkte auf einmal gekriegt 500 hast du immer gekriegt Ich glaub, du hast einfach so Ich glaub, 2000 bekommen Ja, aber ich war ja erst am Ziel Nein Oh, fuck Der andere Level Okay, sind da noch mehr Level? Jo Alter Wie nehm das? Da blockiert man sich Super Das ist aber richtig Style Ja Voll der kranke Level, ey Du mit deinem Mit deiner Lanze Nein Falsch rum Ja Ich seh so gar nichts Ja, super Nimm alles Geil, die verschwinden alle Das ist unfair, Peter Was? Ja, was du hier machst Was denn? Du sammelst alles ein So ist das Spiel, Mann Ey, warte mal nach Jetzt ist er wieder fair Wahrscheinlich, ne? Rat geworden Ja Boah Guck mal Autsch Oh, ich vergesse immer, dass es hier nach links geht Oh, ja, dann kriegst du immer einen Boost Total unfair Du kannst noch so gut mittendrin sein Das Ziel lässt sich gewinnen, siehst du? Ja Boah, wie knapp das da noch war Und guck mal, wie ich dich durchgestrichen hab Das wird durchgenommen Das wird durchgenommen Ja Oh Ihren Wellenmaschinen erreichen willst Müssen wir durch meine Küche gehen Aber dort wimmelt es von Fiesring Hilfst du mir? Nein Ich schütze dich, mein süßes Zitronentörtchen Sei nicht dumm, Larry Ich zeige nur dem Kleinen, wie man den Bacchinato einsetzt Oh, noch ein Item Und wieder Guck mal, Spiegel, wie geil Wie kann der denn so spiegeln? Wenn ich nach vorne gucke, das geht gar nicht Hier, guck, ich guck nach vorne und der Verstehst du? Das ist richtig Das ist ein rundes Gefäß Das ist kein gerader Spiegel Ja Aber wenn ich gerade nach vorne gucke, siehst du so Kann er mich nicht spiegeln Wie soll das denn gehen? Ach so, meinst du Ah Das geht nicht, das ist unrealistisch Ja, ich zocke nicht mehr Ich auch nicht mehr Hä? Hä? Ja, danke Das habe ich hier Oh, mein Gott Das hier habe ich in meinem Labor gebastelt Mit dem rechten Stick kannst du zielen Und mit R1 kannst du Törtchen verschießen Oh Boah Geil Eine Kotmaschine Ach du Scheiße Hä? Das ist der genaueste Präzisionskuchen, den ich je gebaut habe Probiere ihn an diesem Fiesling aus Oh, der sieht aber fies aus Oh, der ist ja voll tödlich Mist Wir müssen explodieren Oh Mist Nein Oh, oh cool Das war voll schwer zu merken Mit dem rechten Stick so Zack Ah, das ist schon kompliziert das Spiel Okay Oh Ich glaube Ich bin Wir sehen Wir sehen Wir sehen Ich bin Untertitelung des ZDF, 2020